Zwei von acht Spieler. So, gucken wir mal. Mehr Spieler. Aber wir wollen ja eine Rangliste. Rangliste. Team. Team. Unten musst du 2v2 auswählen. 2v2. Platzierungskämpfe. Oh, Maps. Was gibt's für Maps? Alle. Alle machen wir. Okay, ja. Ja, doch, doch, das ist gut. Auch wenn's Schwarzfight wird. Schwarzfight ist richtig gut. Ist die? Wir müssen beide Sheet annehmen, wenn wir die bekommen. Nee, wir spielen Render. Wir wollen einfach rein. Wir gucken einfach. Wir gehen einfach rein. Warte, kann ich auch Spielsuchen drücken? Ah, nee. Warte mal, ich mach vielleicht die Kamera noch ein bisschen. Mach die mal das so. Ah nee, muss ja mehr Headspace, ne? Jetzt hab ich wahrscheinlich komplett verkackt. Ist halt nichts geändert, ne? Ich wollte die ein bisschen höher machen. Janik ist ja da, der kann's machen. Ah, Janik, komm, okay. Ist doch irgendwie dunkler geworden, irgendwie. Ja. Vorhin komm ich auch her, Anni hat ja hier aufgebaut. Und dann war auch meine Kamera bei Matteo und Matthäus Kamera war bei mir. Musste ich erstmal die Kameras umstellen auch. Ja, so hast du schon ein bisschen mehr Headspace, dachte ich, weißt du. Ja, so, okay, danke. Danke, passt. Geil. So. Okay. Äh, ja, das ist ein richtiges Team-Honda-Comeback jetzt. Ja, Mann. Let's go. Ich weiß noch, angefangen hast bei PUBG, glaube ich, bei uns, oder? Wir haben doch sicherlich davor mal StarCraft 2v2 gemacht, oder? Aber ich glaube, da waren wir nicht Team-Honda. Team-Honda ist, glaube ich, entstanden in PUBG. Ja, entstanden ist es bei PUBG auf jeden Fall, ja. PUBG war eh so eine wilde Zeit. Ich glaube, das PUBG-Jahr war das Jahr, wo ich auch das erste Mal nach Hamburg gekommen bin. Vorher hatten wir uns, glaube ich, alle noch nie gesehen, also ich hatte noch nie irgendwelche Leute getroffen. Und ich glaube, das war 2017, bin ich das erste Mal in Hamburg gewesen. Echt so spät, erst? Ja, ich war 2017 beim Bonjoa Geburtstag, war ich da. Das allererste Mal, wo ich im Studio war. Und dann haben wir am nächsten Tag, haben wir dann zusammen StarCraft on Stream gespielt, das weiß ich noch. Dann saß ich mit meinem Hemd voll aufgeregt, so neben dir. Da hat mir noch draußen Chrissy als Regie. Aber das war schon hier? Das war dann hier im Studio, ja. Krass. Warst du da schon volljährig? 2017 war das, das ist jetzt sechs Jahre her. Wobei, ne, fünf Jahre, wenn man nach dem Alter geht, da war ich 19. Da war ich gerade 19. Krass. Krass, krass, krass. Oh, wir haben Gegner. The Pit. Was ist das? Kenn ich nicht. Ich auch nicht. Wir spielen gegen Puna Kuf und Ham Sandwich. Random. Random. Aber ich nehm ne Farbe, ich will Pink. Was hast du ne Farben ausmachen kannst? Ich bin Türkis. Ne, was passt uns doch? Violett. Das ist doof fürs Auge. Ne, das passt. Das passt. Das passt schon. The Kanks. HGLF. The Kanks. U2. Falls du es leeren älter als Niklas, ja. HGLF. Noch drei Jahre, dann bin ich älter als du. Oh, ich kann China. Oh, ich kann China. Oh, ich kann China. Oh, der ist, äh, mit Lyons. Baut direkt ne Mühle an die Bären und als erstes nen Beamten, der die Mühle boostet. Okay. Okay, okay. Du machst das parallel Coaching. Ich weiß nicht, wie, Mongolen sind auch neu. Die haben jetzt nen Gea direkt. Wollen wir PCs tauschen? Oh, scheiße. Du hast direkt nen Gea? Das ist ja voll OP. Ja. So, okay. Dorfzentrum erstmal bauen. Oh Gott, bin ich... Oh Gott, bin ich langsam. Oh Gott, ich muss einen Beamten bauen. Wie baue ich das? Äh, wo ist ne Mühle? Wie sind Hotkeys? Habe ich Hotkeys? Äh. Okay, hab ich ja. Okay. 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 So. Was ist denn das hier für ne Map? Was spielen wir für ne Map? The Pit. The Pit. The Pit. Ah, die ist ja voll hell. Gefällt mir irgendwie. Im hinten Hirsch. Der, die... Ist aber mit Wasser? Nee. Nee, kein Wasser. Ich glaub in der Mitte sind viele Ressourcen. Achso, ich brauch Gold. Hier ist Gold. So. Da auf Gold. Okay. Groß ist unser Gegner. Wir müssen ein bisschen Tiere kaputt machen. Oh, äh, ja. Wir hatten hinten Hirsch. Bei uns zwischen den Basen. Mönschwennen. Seh ich nen Wolf. Den knappe ich schon hier. Die kann man nicht mehr so lange kiten. Oh, okay. Die folgen ja nicht mehr unendlich. Russ wurde dadurch auch genervt. Die drehen ziemlich schnell wieder um. Ah, okay. Kann also keine Towncenter-Kills mehr machen. Aber der Russ wird sowieso wahrscheinlich voll bekommen. Ja. Ja. Es lohnt sich wahrscheinlich gar nicht, der überhaupt Zeit zu investieren im 2B2. Aber ein bisschen hineinkommen wir ja trotzdem. Warte, hier ist ein halber Hirsch-Patch. Hier sind nur drei. Und halbe Hirsche? Halbe Hirsch? Ja. Wie ist das denn passiert? Bei mir auch. Oh, ein Baum ist hier super weit weg hier. Oh, ein Schwäne. Oh, ein Schwäne. Ich mach mal drei. Was bist du, China? Ich bin China. Dann machst du eher Bogenschutz, nicht Reiter. Okay. Ja, das klingt gut. So, okay. Ich kann gleich agen. Aber noch nicht. Mir gefällt der Hintergrund von der Map. Mir auch. Das ist sehr angenehm. Hat was. Ich hab hier den gelben. Und? Ist der Noob oder? Ein paar Schafe in der sich. Dreckenguter Gegner. Achso, ich hab jetzt nur den Scout gesehen. So, okay. So. Jetzt wird geaged. Drei mach ich mal. Wir Steine. Yes. Ich hab schon ein Spiel mit Mongonen gemacht. Deswegen. Das kenne ich wieder ein bisschen aus. Zumindest. So. Kann kein Reiter bauen. Jetzt. Okay. Du musst dann Babacane erstmal, ne? Babacane? Ah, nö. Kannst du wie du willst. War ne Frage, ja. Mit Babacane kann man ganz gut sein Gold absichern. Theoretisch. So. Ich möchte... Möchte ich direkt Reiter bauen? Oh, ich hab mein Obo vergessen die ganze Zeit. Oh, oh. Wieso sagt denn niemand was im Chat? Oh, Chat. Man sagt dir nix. Ich sammle die ganze Zeit keinen Stein. Ai, 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 ai. Hätte keiner gemerkt. Ganze Zeit free Steinproduktion nicht genutzt. Oh, hab ich vergessen, ja. Wir haben ein paar Hirsche geklaut. So vier, fünf Stück. Stark. Und dass du sammelst keinen Stein. Ja, sag ich doch. Du hast keinen Stein gesammelt, ne? Ja. Es hat Freestyle auch. Das ist halt das kritische auch. Aber was ist der hier? Oh, der fängt jetzt erst an zu agen. Scheint mir zu spät zu sein. Du bist jetzt schon, weil China kann schneller agen auch. China ist richtig schnell. Sollen wir Eco oder wollen wir Aggressive? Auf was hast du denn mehr Lust? Lass mal ein bisschen Skill-Check machen mit den Jungs da. Also Aggressive? Ja. Gut. Das heißt, ich brauch gar kein Gold. Erstmal ein auf Gold. Weil dann brauch ich ja eher nur Holz und Nahung für Reiter. Mhm. Ja, dann pumpe ich erstmal Reiter. Huch. Der denn? So, ein Stall. Erstmal schön Eco machen. Der Khan wurde auch komplett kaputt genervt. Aber zu Recht. So kann ich sagen, sie ist gut. Der macht jetzt gar keinen Schaden mehr. Das war ja so imbar, als wir gespielt haben immer. Komplett broken gewesen, der Khan. So. Aufwertung zum Reiter brauchen wir. Der hat eine Barracks gebaut, der gelbe. Okay. Ich würde sagen, ich spiele aber wirklich nur einen Stall, glaube ich, oder? Mhm, können wir gerne machen. Mit einer Schmiede vielleicht. Manzler Quarry. Ich spiele mal einen Stall mit einer Schmiede. Was mach ich mit beim Gold? Schubkarre? Ich würde sagen, Schubkarre. Leider habe ich mein Obo jetzt zu spät gebaut. Das kann ich nicht einfach komplett Doppelreiterproduktion machen. Aber das ist okay. Okay. Wir haben auf jeden Fall hier. Oh, da ins Holz. Ja, da komme ich mal hin. Direkt. Genau. Und das Holz ist auch. Die beiden Punkte sind super offen. Wieso hat er denn das direkt genommen? Gute Frage. So, das ist soweit. Ah, okay. Verstehe. Ah, hier ist Gold. Ich gehe erstmal ins Gold. Dann kriege ich den. Ja, dann kriege ich einen Villager. Niklas, hast du schon Schnei gesammelt? Leon, bau mal Bogenschützen. Niklas, du baust bitte Reite. Ach ja, da gibt es auch noch Holz. Holst das mal. Ja, ja. Das ist unser erstes Spiel. Oh, der kommt hier mit frühen Rittern. Frühe Ritter? Ja. Ich werde versuchen, ein zweites Town Center anzugehen. Okay. Sammle so langsam genug Holz. Und baue da weiter einfach, dabei einfach weiter, ähm, weiter. Das ist so meine Strategie. Noch einen Villager bekommen. Ja, also die sind noch nicht so, die sind noch nicht so, da können wir schön uns aufwärmen mit denen. Mach mal so. Ich töte euch schon Villager gerade. Ja, ja, ja. Ich töte mir die halbe Eko. Nice. Oh, schön, ey. Das ist so gut, das Spiel. Ich liebe es gerade wieder so. Guck mal, die ganzen Villager kommen jetzt gerade zu mir rüber. Geil. Das ist wirklich schön. Ich fühle mich direkt wieder zurückversetzt. So, schnell im Town Center. Und dann schön nerven. Oh, den sammelt er gar nicht mehr, okay. Der Schöne und der Lustige von Bonn war gemeinsam am Zocken. Toll. IchSurging in Food. Oh, Dach! Komm, Einheiten? Und dann hier wieder rauf. Bei dem roten geht es nicht so gut. So, ich brauche aber mal so langsam. Oh, ich töte schon wieder Villager. Oh, ist das herrlich. Und die Tasking mit Mongolen. Solange mal wieder auf Gold. Ich muss langsam auch ein Tech-Upgrade mal holen. Und außerdem brauche ich Hirsch. Oh shit. Wo ist denn hier? Warum sind das nur drei Hirsch? Geil, ich töte wieder ein paar Villager. Oh ja, oh ja. Das ist doch gut. Oh, bald kann ich gegen seine frühen Ritter kämpfen, wenn das so weitergeht. Ich kriege ja so viele Dingsis. Danke für 50 Jahre geilen Content. Beste Community. Oh, der Khan ist tot. Nicht der Khan. Auf weitere 50 Jahre. Lieb den scheiß Pridol Wu und Shed ist auch mit dabei. Kleiner als drei. So, ich brauche mehr Nahrung. Bisschen Angst vor einem Counterattack so langsam. Die haben schon ein bisschen Army gemacht. Hast du Army? Ich habe jetzt die ganze Zeit nichts gebaut, ne? Machen wir so langsam Army, sonst werden wir trotzdem einfach gar klickt. So, hier mal rauf. Ich wollte meine Forge. Amalia ist da. Was merke ich jetzt da? Äh, wir brauchen Nahrung. Oh Gott. Ja, da sind viele Units. Oh, ich sehe es gerade. Bauen wir langsam Units Leon. Ich brauche Units. Okay, okay. Ich versuche die einfach zu beschäftigen, solange. Eigentlich werde ich in die nächste Zeit. Mal sehen, ob ich das schaffe. Die lassen sich halt noch relativ leicht ablenken, zumindest. Ein neuer Kahn erhält sich. Wo ist er? Da. Das war dumm. Das war dumm. Oh, ich kann ins nächste Age. Jetzt auch im nächsten Age. Aber du bist schon. Heftig. Steppenredoute. So, ich werde jetzt auf Men in Arms switchen erst direkt. Mhm. Weil die haben dieselben Upgrades und die haben noch keinen Counter dagegen. Das halte ich für smart. Das halte ich für smart. Jetzt wird mir wieder Holz. Oh, der ist auch Castle. Nicht schlecht. Der ist trotzdem Castle. Das ist der Gelbe, ne? Äh, ja. Aber nicht der Kahn. So, wie gesagt, erstmal Men in Arms. Und dann werde ich später auf Ritter wieder switchen. Ja. Na? So, Upgrades. Die Reiter will ich auch gar nicht mehr upgraden, ne? Ich werde jetzt wirklich in meinen Arms... Oh, ich werde angegriffen. Ja. Voll krasser Attack hier. Kann ich von mir? Shhhhhhhhhh. Shhhhhhhhhh. Shhhhhhh. Cool. Drei Raupen dabei. ich denke jetzt ist aber okay auch also die nicht gut verteidigt der ist auch allein aussehen hat aber viele units ja alter hat er viel wir halten gut was außer alter warum gewinnt sein heftig das sind diese fünf was sechs mal ja 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 das ist heftig das war noch mal gut gegangen das ist quatsch ich brauch schon mal einen markt in die ecke ich baue einen ganz links oben ich bin ja mongolisch muss anfangen türme zu spammen merke ich gerade das habe ich komplett vergessen das ist ja mit der stärkste bei den mongolen und bei mir hätten sind reite dran das kommt klar ich krieg die gespielt ich gehe wieder stressen so und wird dann jetzt auf ritter wieder switchen langfristig so mein obo ist leer das vordere erst stelle die haben nahrung gesammelt so muss die units bauen Fütter Türme Spam Upgrades Virtus Upgrades Wir standen nach vorne Ne, die bleiben Bleiben hier Wo sind meine Gers? Da Oha Oh, ist der nochmal Kommt nicht wirklich raus Wo meine Reiter kommen Ich hab gute Upgrades Den mal mit Türme Spam Ah, man kann mal so ein Mönchding bauen Kein Holz Ressourcen ausgeben So, jetzt läuft's Ich bin auch schon ein bisschen mit dem Relic Tanten Oh, sehr gut Dann mach du das mal Oder soll ich auch? Musst du eigentlich nicht Ja, also ich brauch's auch nicht Ja Das Mongole so wirklich So Ich werd jetzt mal ein Go machen auf den Roten, glaub ich Mhm, da würd ich gleichzeitig auf Gelb gehen unten Ich hab eine ziemlich gute Army gegen das, was er macht Oh, trotzdem mal ein Mönchlager EZ Weiter Eco Upgrades Ja Gegen den kann ich easy fighten mit meiner Masse jetzt Mach mal gleichzeitig Go Weil der braucht jetzt Hilfe Der schafft mich alleine nicht Ich freue mich, euch zu sehen Ja, den überroll ich jetzt komplett Perfekt Easy überrollt Der gelb ist noch komplett bei sich Ist noch bei sich? Ja, der ist noch bei sich Okay Dann versuch ich den jetzt zu finishen direkt Wo bin ich hier? Da ist in der Mitte ein gelbes Castle Weiter so Hast du schon Mauer Mark bitte in die Ecke? Äh, ja Gelb ist bei mir Okay, komm an Der geht gerade impf, der rote Okay Aber ich kann ihn noch unterbrechen Ich kann ihn noch mit despen Warte mal, das war Ritterzeit. Ich dachte, der geht imp. Der war die ganze Zeit voll da noch. So geschwächt war der noch. Krass. Ich dachte, der geht imp. Gehe ich jetzt halt imp. Gehe ich jetzt auf den Main-TC gemacht. Wird es aber noch nicht warm haben. Ich komme mal von unten rein. Was ist denn hier noch ein Wahrzeichen? Das große Ding neben dir. Geil. Also, dadurch, dass ich jetzt ein paar Spiele mit Morgonen gemacht habe, habe ich wieder so ein bisschen die Basics drin. Das ist ganz geil. Das ist noch früher Türme-Spam wieder. Was hat er denn jetzt noch? Okay, wurde eliminiert. Ahne, hier ist das Ding, wo ich jetzt angreife. Das große Zelt hier. Manso Steinbruch? Ah, okay. Der generiert passiv Gold oder Stein. Das kann er sich aussuchen. Ah ja, stimmt. GG! Team Honda noch immer stark. Auch in 2021. Ungeschlagen. Muss man einfach so sagen. Ah. Ihr solltet euch die Patch-Notes von gestern dringend mal anschauen. Waren viele Anpassungen? Ja. Machen wir irgendwann mal, wenn wir ein bisschen mehr gespielt haben wieder. Das brauchen wir. Bislang brauchen wir es ja nicht. Lass mal wieder reinkommen überhaupt. Oh, Zeitlinie. Guck mal, der Malia. Der war richtig gut dabei die ganze Zeit. Ich habe gestern wieder ein bisschen Beastie-Cuty gesehen. Oder vorgestern war das. Da hat er auch Malia gespielt. Die Strategie ist wild mit den Maliern. Man kann so viele Units bauen mit dem ... Ich weiß nicht, wie das ... Also man hat ja diese eine Kaserne, wo man fünf Units oder so für Gold rausbauen kann gleichzeitig. Da kann man so eine riesige Armee aufstellen. Aber richtig zerg einfach. Ja, das ist krass. Runder, Runder. Runder, Runder. Geil. Achso, ich wollte direkt nochmal Spielen drücken, aber habe ich zu spät gesehen. Jetzt bist du der Host. Ich bin der Host. Stand hier. Ist das schon Game? Nee. Nee, ich kann. Ich mache. Nice. Ja, Fragen zu China? Nee, das ist recht straightforward eigentlich. Ja? Ja, ich war nur ein bisschen überfordert mit der BO, aber ansonsten ... Ich bin in die Dynasty gegangen, habe ein 2STC gebaut. Einfach Dorfwunder gespammt. Also wenn du nochmal China spielst, was du ausprobieren kannst, ist das so direkt ... Also du baust ja direkt einen Beamten, checkst den mit auf die Mühle. Ja. Und dann kannst du relativ früh einen zweiten Beamten bauen und den mit aufs Holzlager schicken und das Goldlager skippen. Ah, komplett skippen. Genau. Dann machst du eine Text-Collection die ganze Zeit. Genau. Dann baust du ein bisschen länger. Ja, mach. Aber du sparst dadurch extrem viele Ressourcen und kannst dann halt sofort auf Stein switchen. Einfach ein 2STC drücken. Ah, okay. Ja. Ohne Gold. Das ist echt stark. Und dann kannst du ab da ein bisschen auf Gold und Dynasty dazu, ne? Weil die kosten ja wieder 200 Gold. Und dann kannst du richtig hart Villager spammen. Sind die Ottos nicht enorm stark aktuell? 5% Winrate gegen fast alle. Sind die so stark? Ich hatte die bisher einmal. Also, wir haben die als das erste, als ich wieder AOE angefangen habe, habe ich die direkt gespielt, die Ottomaten. Die sind relativ leicht gewesen. Die haben mich so ein bisschen an Rus erinnert. Ähm. Ein bisschen leichter auf jeden Fall als Rus. Also.